Ich habe als Lehrling ganz normal angefangen. Ich habe drei Jahre eine super Lehre gehabt, bin dann zu einem guten Bolier gekommen, wo ich einen Haufen gelernt habe und bin froh, bei der Firma zu sein. Ich bin froh, dass wir so ein Zusammenhalt in der Firma sind. Bei uns ist es keine Nummer, bei uns ist es einfach ein Arbeiter, wo jeder gekannt wird und es ist einfach eine super Firmenzusammenhalt. Ich möchte so lange wie möglich beim Bolieren bleiben oder irgendwann eine eigene Bausteine übernehmen, wenn ich noch so weit bin.